Hallo Freunde, willkommen zurück. Hier eine kurze Info. Ich bin total in Form und das ist gut so. Und der Marco Reus, der ist auch in Form, der ist nämlich Man of the Match. Und dafür gibt es eine spezielle orangene Karte. Die gibt es genau 24 Stunden lang. Und es fängt an heute um 19 Uhr und geht dann logischerweise bis morgen 19 Uhr. Das heißt erstmal, es gibt eine krasse Karte und das heißt auch, es werden extrem viele Packs gezogen werden. Und dadurch werden natürlich einige Verbrauchsartikel sehr günstig auf den Markt geschmissen. Also wenn ihr traden wollt, ist nachher die Gelegenheit da, günstig Verträge zu schnappen, denke ich. Und wahrscheinlich auch Aufstellungskarten und andere Krimskramsgeschichten. Vielleicht auch ein paar Spieler. Auf jeden Fall wird der Preis für sehr viele Sachen fallen. Also entweder werdet ihr versuchen Marco Reus zu bekommen oder ihr werdet versuchen Geld zu machen. Auf jeden Fall habt ihr ab 19 Uhr die Chance dazu. Ich wünsche euch viel Glück und sage Tschüss und bis bald Freunde.